Hallo und willkommen zu diesem Sportkopf24 Produktvideo. Heute zeige ich Ihnen die Uwex Track 2 CC Sportbrille. Eine absolut universell einsetzbare und hochqualitative Sportbrille aus dem Hause Uwex. Ich zeige Ihnen zunächst mal die verschiedenen Farbvarianten, die es zur Zeit gibt, in die Kamera. Da wäre die Farbvariante schwarz oder auch einfach nur black. Dann die Farbvariante yellow. Dann gibt es die Track 2 CC auch in rot. Und natürlich auch in der weißen Ausführung ist die Track 2 CC verfügbar. Mit der Uwex Track 2 CC, das sagte ich ja schon, haben Sie eine sehr universelle und sehr hochwertige Sportbrille, die für verschiedene Einsatzzwecke geeignet ist. Der Rahmen selbst ist absolut rund geführt. Das heißt also, der Sitz der Brille am Gesicht ist sehr eng und lässt auch keinen Zug im Bereich der Augenpartien zu. Auch der Seitenbereich ist entsprechend geschützt. Der Zweck der Brille ist letztendlich hier der Einsatz im Gelände. Also es ist eine Outdoor-Brille in erster Linie. Warum? Weil hier, das haben Sie sicherlich schon bemerkt, ein Stirnabstandshalter mit integriert ist, der hier den festen Sitz der Brille am Gesicht dann realisiert. Später zeige ich Ihnen dazu dann noch das entsprechende Kopfband. Zunächst mal zu den Bügelenden noch. Sie haben also sehr dünne Bügelenden oder Bügel und die Enden sind mit Silikoneinlagen versehen, die dann hier einen sehr rutschfreien Sitz der Brille am seitlichen Kopf dann gewährleisten. Und auch die Nasenauflage hier ist in dem Falle verstellbar und sichert durch das Silikonmaterial dann auch einen rutschfreien Sitz auf dem Nasenrücken. Sie können die Uvex Track 2 CC auch als Radsportbrille benutzen. Dafür entnehmen Sie oder nehmen Sie einfach den Stirnabstandshalter von der Brille und haben letztendlich hier eine absolute Radsportbrille mit dem kleinen Schönheitsfehler, dass hier diese Einkerbungen noch zu sehen sind. Aber da kann man vielleicht dann auch, das kann man vielleicht verschmerzen, wenn man weiß, dass man hier eine absolute universell einsetzbare Outdoorbrille letztendlich hat. Man kann das auch wieder dann draufsetzen, rastet ein und schon sieht die Brille wieder so aus, wie sie war und mit dem großen Vorteil hier einer des Stirnabstandshalters. Der Stirnabstandshalter dient dazu, den Druck auf die Stirn bei einem sprechenden Zug mit dem Kopfband zu entlasten und zum anderen auch kann diese als Schweißbremse benutzt werden, dass also bei extremen Anstrengungen hier der Schweiß von der Stirn nicht in die Augen läuft. Ja, das zum Rahmen, zur Rahmenkonstruktion der Track Zwei. Zu den Scheiben ganz kurz. Sie haben natürlich hier eine durchgehende Scheibe eingesetzt, die optisch korrekt ist natürlich, dezentriert ist und den UV400-Schutz bietet. Die Track 2 CC kommt mit insgesamt zwei Scheiben daher im Lieferumfang. Meist ist dann noch eine helle, klare Scheibe mit dabei, wobei der Lieferumfang immer auch vom gewählten Farbmodell dann abhängt. Das müssten Sie in der Artikelbeschreibung zu dem jeweiligen Farbmodell dann nochmal genau nachlesen, welche Scheiben dann letztendlich mitgeliefert werden. Zum Beispiel bei dem roten Modell ist hier eine total verspiegelte sogenannte Mirror-Red-Scheibe dabei oder auch hier bei dem gelben Modell eine Mirror-Yellow-Scheibe, die dann entsprechend verspiegelt ist. Der Scheibenwechsel oder ich würde eher sagen der Bügelwechsel erfolgt dann so, dass Sie einfach hier den Bügel abnehmen können, ja, an beiden Seiten und dann die entsprechend neue Scheibe dann damit bestücken können. Aufpassen bitte beim Einsetzen des Bügelstückes, dass also diese Haken hier nicht dabei abbrechen. So, so einfach wird der Scheibenwechsel oder auch Bügelwechsel, je nachdem wie man es sieht, dann vollzogen. Zum Lieferumfang, das lege ich mal beiseite, geliefert wird die Brille in einem festen Hartschalen-Itui mit einem Reißverschluss versehen zum Verschließen und darin enthalten sind neben den Beschreibungen zur Brille allgemein zum Bügelwechsel dann ein Brillentuchbeutel aus einem Mikrofasermaterial. Dort können Sie die Brille dann auch aufbewahren und auch die Scheibe damit reinigen. Und das bereits angesprochene Kopfband ist dort enthalten. Dieses Kopfband ist also hier an zwei Stellen verstellbar und kann im Prinzip jetzt hier innenseitig an die Brille montiert werden. Ich versuche das eben mal, das wird also hier dann eingesetzt, soweit, ja, auf der einen Seite und dann auch an der anderen Seite hier in diese Halterung. Das wird einfach dann eingeschoben und schon haben Sie jetzt Ihre Outdoor-Brille mit einem Kopfband versehen, was natürlich den absolut festen Halt am Kopf dann gewährleistet. Und jetzt sehen Sie auch, warum diese Stirnauflage so wichtig ist, weil sonst die Brille natürlich zu fest ins Gesicht gezogen werden würde, wenn hier nicht diese Entlastung dabei wäre. Also ideal auch im Bereich Flugsport oder andere Outdoor-Aktivitäten, wo Sie einen festen Sitz der Brille am Kopf, wo dieser Sitz dann halt notwendig ist. Ja, hinweisen möchten wir Sie auch auf die zusätzlichen Wechselscheiben, die es immer zu den Modellen gibt. Diese finden Sie unterhalb der Artikelbeschreibung in unserem Shop aufgelistet. Mit unserer Scheibentauschoption können Sie auch die eine oder andere Scheibe innerhalb des Lieferumfanges austauschen. Wenn Sie also lieber eine solche verspiegelte Scheibe in Ihre schwarze Brille eingesetzt haben möchten, dann müssten Sie die Scheibentauschoption bei uns im Shop einkaufen. Und wir liefern dann abweichend vom Original-Lieferumfang dann die entsprechende Scheibe ausgetauscht mit. Mit der Uwex Track 2 CC haben Sie eine absolut universelle Outdoor-Brille mit einem zuverlässigen Augenschutz gegen Sonne, Wind, Staub und Steinchen und Insekten natürlich. Und letztendlich aber auch eine modische Sonnenbrille für die sportliche Freizeit. Wenn Sie also vom deutschen Hersteller und von der Marke Uwex überzeugt sind und Ihnen die Uwex Track 2 CC gefällt, dann bestellen Sie Ihre neue Brille gleich hier in unserem Sportkopf24-Shop. Unser Preis ist scharf kalkuliert, alle angezeigten Artikel sind am Lager und wir liefern umgehend mit DHL an Sie aus. Und auch im Gewährleistungsfall sorgen wir für eine unkomplizierte und reibungslose Abwicklung. Vielen Dank!